1 Verstohlenheit Ist nicht so ne Scheiße, als ob ich so ne Scheiße sehr genau Reiter hat jetzt Magier schon erreicht Weint sie was ist tausendlicher,licher Warrior Gehen hin Ich finde es am geilsten, wenn ich aus dem Wasser wunderschötze Gehen hin, verlaufen mich Gehen zu vernünftigen Waffen hier Zu viel Fotze an Komm her, ne kleine Stück Scheiße Kleine Muschen Gehen hin Beküft Gehen hin Ich bin der Karte Ich bin der Karte Ich bin der Karte Ich bin der Karte Wir müssen da hochkommen, Sarit. Es muss einen Weg geben. Gibt es etwas, das uns hochziehen könnte? Ja. Ich werde das nicht verletzen. Was ist das? Was ist das mit dem Wasser, Saretz? Hier ist immer nichts weiter. Gibt es etwas, das uns hochziehen könnte? Gibt es? Gibt es? Gibt es? Was ist das mit dem Wasser, Saretz? Hier ist was. Was ist das mit dem Wasser? Was bist du denn für eine Runde? Was bist du für eine Runde sollte, Alter? Geh nicht hoch, Mann! Mach doch! Mach doch! Und ich fach sie, Mist! Und ich fach sie, Mist! Geh nicht hoch, Mann! Ich fach sie, Mist! Ich fach sie, Mist! Und ich fach sie. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Das ist der Seelen- Der Seelen Sohn für uns. Schatz. Das ist der Seelen Sohn für Ihren Seelen. Wenn andere die nicht können, dann ähnlich anwenden Siel Sharon. Schatz ab 22半. Bis dann 7-8. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ja, ich komme jetzt weiter. Ich sehe jetzt wieder viel Scheiße hier. Ja, ich komme jetzt wieder. Was ist das? Mutter Hä? Wie sehen die Sachen nicht an? Er hat Ficker Seid doof oder was? Wie das? Das war nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah no! Oh no! Was das? Na, was soll der Parchen mit der Scheiße denn? So lange, das wird kein Spaß! Bin jetzt hier! Jetzt hab ich mir FUITZEN! Sag ich dir! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier gewesen. Hier ist ein Messer. So ein Trinker... Nur das Ding, Alter. Räumnis. Alter. Das ist schon mal geil. Was ist das hier? Warum? Nein! Das brennt! Ich sage dir, es ist verwünscht! Es sind Zauberhänge eingewirkt, die unseres gleichen Tod bringen. Das muss doch nicht alles leben. Schatze! Ganz pissen! Das muss doch nicht alles leben. Was ist das? Das war's. Das war's komisch. Das war's komisch. Ich hab' mich sicher voll. Alles voll. Das war's voll. Das war's komisch. 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 Das war's für heute. Hier! Da! Fotze! Wo macht's mir nichts zu schreißen? So eine Scheiße! Hey! Das war ein Kiel! Kiel! Oh! Ich bin zu! Das war Autos! Ich bin zu! Ich bin zu! Ich verstehe! Ich hab' einen Seelentrinter mitgenommen! Ich hab' einen Seelentrinter mitgenommen! Ich hab' einen Seelentrinter mitgenommen! Okay, Kettenpanzer, Schilden war ja nicht. Zwei... Sieben. Das ist auf dem Fall noch so ein bisschen. Naja. Ich hab mal Glück gehabt, dass... Ich hab mal Glück gehabt. Ich hab mal Glück gehabt. Ah! 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 Und geh doch doch einfach hoch, du Arschbitter. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Nicht hoch, ich verzeihe. Da muss ich mir auch nicht hin. Nein, nein, nein. Nein, nein. 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 Wenn du deinen Vater befreitest, gehört alles dir. Vielleicht sogar ohne deinen Vater. Eine unmögliche Aufgabe nach der anderen. Er, mein Prinz. Ich werde mich nicht nach diesem Tempel zurücksehen. Ja. 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 Dieser Ort riecht vertraut, aber sie haben eine Menge verändert seit unserem letzten Besuch. Das lässt nichts Gutes an. Das ist das Tor zwischen hier und herrisch dem Tal. Alles Staubes, der Heimat der Nekromanten. Und wir gehen gleich hindurch. Was war das? Pass auf nicht zu fliegen! No! Lass noch! Du Fatsch, du Fatsch! Du Fatsch, du Fatsch, du Fatsch, du Fatsch! Upsch! Wer ist das? Nyt, du Fatsch! Das ist riesig hier. Nur mehr Gebiet zu erobern, mehr nicht. Das ist riesig. 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 Versuch mich zu fliehen! Rühr dich nicht, Kugel! Ha! Komm mal, was er holt! Ich glaube, wir haben einen Ballen. Ich glaube, wir haben einen Ballen. Hey, du! Ach, Stärk! Hm, irgendwo dort muss ein Schlüssel für diese Türen sein. Halt die Augen offen. Ich habe im Kreis gefützt. Kompletten Prock. Kompletten! So irgendwo nach unten. Wäre ich jetzt so, ja, 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 ja. Du kleine Pissmuschi. Was ist die große Idee? Du da! Du da! Das bereichst du noch einen Verhörst! Nimm dieses auf! Hör! Komm! 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 P Holding! Alter Schwede! So wie diese Hauptrolle angekommen. Das ist so. Bleib mir vom Lied! Fortschritte. 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 Alter Schwede! Fortschritte. Fortschritte. Totchritte. Fortschritte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020